Wie lange werden wir wohl diese Aussicht noch genießen können? Wer weiß, vielleicht sind wir auch gleich tot. Also das ist ja nun mal Minecraft, ne? Und Minecraft ist ja relativ... Nun ja, wir kennen Minecraft, zu gut. Ich würde sagen, los geht's, oder? Auf geht's in unserer wunderschönen Welt. So, lassen wir uns mal kurz planen, was wir vorhaben. Wir haben vor, eine Farm zu bauen. Die Problematik an der Farm ist jetzt nicht wirklich, dass wir jetzt keine Fläsche hätten für die Farm, sondern eher die Problematik ist. Erstens Material, aktuell zumindestens. Oh, sehr schön. Unser erstes Weizen. Da freue ich mich aber. Schön, zack, direkt nächstes wieder anbauen. Einmal Weizen geerntet. Das ist gut. Also es ist ein Erfolg zu sehen, dass wir weiterkommen. Nicht unwichtig, ne? Darf man nicht vergessen. Das bedeutet, wir werden uns jetzt heute in dieser Folge erst mal runtergraben. In die Schlucht, in den Schlitz, in den Wasser, wo immer das ist. Und dort werden wir dann... Wir brauchen eine Eisenspitzhacke. Und dort werden wir dann mal gucken, ob wir vielleicht irgendetwas Interessantes finden, was wir eben bis dato noch nicht besessen haben. Also wie gesagt, ich fürchte jetzt nicht unbedingt zu sterben. Dadurch, dass wir hier ja jetzt die Möglichkeit haben, ähm, wieder zu spawnen, bin ich hier vielleicht... Vielleicht... Hier und da auch ein bisschen unvorsichtiger. Ich wünsche es natürlich nicht, dass das passiert. Aber es könnte natürlich sein, dass wir runterfallen und wir sind hops. Lassen wir das mal so offen stehen, ne? Also... Alles ist möglich und alles kann passieren. Willkommen in der Minecraft-Welt von mir. Ähm, so. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen, ne? Eisen haben wir da vorne schon gesichtet. Und, ähm, sonst habe ich auch tatsächlich bis jetzt hier noch kein Eisen gefunden, was auch nicht wirklich schlimm ist oder so. Bedeutet, wir werden einmal kurz hier rüber wandern und gucken uns einmal die andere Seite an und dort sehe ich aber auch kein Eisen. Aber ich sehe, dass es Nacht wird, was mir meine ganze Planung vollkommen durcheinander wirft. Oh, unser Haus sieht schön aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Also mir persönlich gefällt unser Haus sehr gut. Erstmal schlafen. Herrlich. Und volle Energie wieder rein in die Höhle. Zack, zack. Zack. So, und dann müssen wir, glaube ich, hier runter, wenn ich das richtig gesehen habe. Zack. Und hier haben wir irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Also, ich bin ehrlich. Optisch sagt mir dieser Stein nichts. Lapis Lazuli vielleicht. Rohkupfer. Okay. Noch nie von gehört. Aber wir haben Rohkupfer gefunden. Was wir da mitmachen können, weiß ich noch nicht. Aber das hier dürfte Eisen sein, wenn ich das richtig sehe. Zweimal. Wir brauchen aber mindestens drei Eisen. Freunde. Okay, da unten ist noch mehr Eisen. Das ist gut. Au. Au. Ich möchte anmerken, wir haben keine Waffen. Und ja, ich weiß, das ist dumm. Das ist eine ziemlich große Höhle unter uns. Okay. Sehr gut. Was ist das für ein Stein? Achso, da sind einfach so Leaves dran. Ist nicht schlimm. Alles okidoki. Okay, so hier könnte man abbauen, aber dann hätten wir den Kabelsalat des Jahrhunderts. Okay, jetzt. Das scheint irgendein anderer Stein zu sein. Also, wir finden Steine über Steine über Steine. Das ist alles in Ordnung. Nur was wir mit Rohkupfer anfangen. Das ist noch ein großes Loch in meinem Kopf. Vielleicht Ziegel? Aber Ziegel werden ja mit... Mit, mit, mit... Mit was werden Ziegel gemacht? Ich komme nicht drauf. Scheiße. Ich habe auch das Gefühl, dass der Fernseher heute extrem laut ist. Ich habe den immer abends an, wenn Nini zur Arbeit ist. Und selbst wenn ich dann Aufnahmen mache, fühle ich mich sonst irgendwie zu alleine, wisst ihr? Ist das Liebe. Herrlich, oder? Ich vermisse meine Frau. Und das jeden Tag und nach acht Jahren immer noch so wie vorher. Ich nehme das Rohkupfer jetzt mal mit. Wie gesagt, großes Fragezeichen, was es mir bringt. Aber da werdet ihr mir bestimmt weiterhelfen können. Weil ihr seid da deutlich fixer drin als ich. ich alter Minecraft-Hase habe von sowas hier überhaupt gar keine Ahnung. So, jetzt muss ich aber den Fernseher kurz mal leiser machen. Das ist doch ziemlich laut. So, da sind wir auch schon wieder Rohkupfer, Roh-Eisen. Wir sammeln auch Roh-Eisen. Aha. Okay, gut. Dann hören wir mal auf zu sammeln und gehen mal wieder oben an die Oberfläche. Sind wir noch nicht. Wir müssen noch ein Stück. Aha. Sehr gut. Dann gucken wir mal, was wir damit jetzt machen können. Also wie gesagt, Roh-Eisen, Rohkupfer sagt mir überhaupt nichts. Zack, und schon wieder erfolgreich etwas geerntet. Wir kriegen auch, glaube ich, weniger Weizen, oder? Ist das nur so eine Art Vermutung von mir persönlich? Ich habe das Gefühl, dass wir wenig Eisen, äh, wenig Weizen bekommen. Kann aber auch nur eine schlechte Vermutung von mir sein, also ich will mich da jetzt nicht unbedingt festlegen. So, was mache ich denn jetzt? Ich brauche einen Eisenbarren. Ich brauche ganz viele Eisenbarren. Ah, okay, wir müssen das Rohkupfer brennen, damit wir Eisenbarren bekommen. Klingt plausibel, irgendwie. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ja, das klingt ziemlich plausibel. Äh, haben wir denn jetzt Kohle? Wo war die Kohle? Kohle, Kohle, Kohle? Holzkohle? Ach, wir haben noch Holzkohle, Leute. Lass uns erst die Holzkohle verballern, bevor wir irgendwas anderes verballern. Ein Boot können wir bauen, okay. Aber das war es jetzt auch schon wieder. Ein Kohleblock. Ich glaube, Kohleblock, äh, Kohleblöcke brennen richtig lange. Also, wenn man irgendwas Großartiges vorhat, sollte man sich sowas überlegen. Also, huch, jetzt können wir nämlich einen Eimer, was ist das? Ein Schild? Ah, Ah, die Rüstung. Okay, okay, okay. Aber wir brauchen den Eimer. Leider viel wichtiger als alles andere ist der Eimer. Denn wir brauchen eine unendliche Wasserquelle in der Nähe unserer Farm. Also, erstmal müssen wir schauen, dass wir Wasser hier irgendwie ordentlich hinbekommen. Ich möchte jetzt hier keinen Teich anfangen zu bauen oder so. Das war für mich schon ein heikler Sprung, ne? Also, für mich als alter Minecraft-Hase war das hier gerade schon ein riskanter Sprung. Muss ich zugeben. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber jetzt werde ich übermütig. Gleich sterbe ich. So schnell kann es gehen. So. Ich hoffe natürlich, dass sich in dieser ganzen Minecraft-Laufzeit hier von jetzt bis damals eins nicht geändert hat. Und zwar die Tatsache, dass man unendlich Wasser mit viermal Wasser machen kann. Oder dreimal Wasser, glaube ich, braucht man nur. Ich hoffe, dass das weiterhin so besteht. Oder Bestand hat. Sagen wir es mal so. Dann braucht man nur zwei. Man braucht nur zwei. Genau. Jetzt kann man immer wieder auffüllen. Sehr gut. Wichtige Sache. Sehr wichtige Sache. So. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie wir hier unser Feld machen. Also, erstmal brauchen wir natürlich eine neue Schaufel. Da unsere alte Schaufel natürlich Schrott ist, brauchen wir eine neue. So. Nehmen wir eine Holzschaufel. Nein. Wir nehmen direkt eine Steinschaufel. Die hält ein bisschen länger. Aber signifikant nicht wirklich viel länger. Also, sagen wir mal, sie hält etwas länger. So. Dann machen wir hier unseren Weg. zu unserem Feld. Hier ist der Eingang zum Feld, so gesehen. Gut. Das heißt, hier ist Zaun. Und hier fängt es Feld an. Das Wasser geht immer drei Felder. Wenn sich da nichts geändert hat. Also, es ist immer der Standpunkt, wenn sich nichts geändert hat. Warum hole ich die Erde raus? Warum? Egal. So. Lasst mich kurz überdenken, was ich vorhabe. Mein Gott. Manchmal hat man eine großartige Idee und wenn man kurz vor der Umsetzung ist, ist es vorbei. Ist die Idee weg. Eins, zwei, drei. herrlich. Das heißt, also, theoretischerweise muss hier Wasser hin. Ne? Haben wir doch richtig im Kopf? Habe ich noch die Hake? Hake! Holzhake, da ist sie. So, zack, 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 zack. Richtig? Richtig, ne? So, dann gehen wir zum Wasser, holen Wasser und das Ding befüllt sich mit Wasser. Tada! Somit ist die Wasserversorgung des Feldes auf jeden Fall schon mal vollkommen. So, hier mal eine unendliche Stelle, zack, zack. Achso, zack. So, herrlich. Jetzt müssen wir da nochmal, zack, zack. So, dasselbe machen wir jetzt auf der, ähm, gegenüberliegenden Seite in derselben Größe. Also hier kommt das Tor hin, hier ist der Zaun und dann steht man hier vor dem Feld, so gesehen. Das ist so aktuell der Plan. So, dann machen wir aber hier noch eins, zwei, drei. Achso, ne, warum reiße ich das immer wieder ab? Ich verstehe es nicht. So. Genau. Ich muss ja nur den Wasserweg machen, ne? Das ist der Laufweg. Dann ist hier eins, zwei, drei Feld und hier Wasser. So. So. Ich glaube, so ist richtig. Manchmal muss man eben selber belegen, was man hier fabriziert und ob das alles überhaupt einen tieferen Sinn hat oder auch nicht. Das, ähm, nun ja, entscheidet man dann letztendlich im Nachhinein. Aber meistens muss es gar keinen tieferen Sinn haben. Herrlich. So, und dann wieder fällt, 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 und fällt. Und hier eins, drei, drei. Ach, scheiße. Egal, ist ja nicht so weit nach Hause, das ist das Gute. Und unser Zuhause ist schön beleuchtet, ne, also, gefällt mir sehr, sehr gut. Also, dass unser Haus so sichtbar ist, ist eigentlich das Wichtigste. Man hat dann seine Ruhe vor Monstern, wobei, nochmal, wir haben bis jetzt keine einzigen gesehen, ne, also, das ist wirklich ein Phänomen, normalerweise hätten wir schon Creeper, die unser Haus in die Luft gejagt hätten und weiß Gott was. Nichts, Leute. Kein einziges Wesen hat sich uns bisher genährt. Toi, 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 soll es so bleiben, bitte. So, das ist so gesehen unser erstes eigenes Feld. Ich weiß, viele sagen jetzt so, oh, das hätte man aber größer bauen können. Hätte man, natürlich, aber warum, was tun, ne? So, wir gehen jetzt hier einmal durchs Feld. Wir brauchen so ein paar Samen. Die pflücken wir jetzt mal eben. Von einem leeren Feld satt zu werden, wird etwas schwierig, aber ist natürlich auch noch. somit haben wir schon mal 15, 17, da haben wir noch schon mal eine schöne Ausbeute. 22 Samen, das ist doch schon mal gut. so, das sieht doch ganz nett aus. What? Das ist schon gewachsen, Leute. Perfekte Umgebung, sage ich euch. Nice. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir noch Birke? Wir haben noch ein bisschen Birke. Also, eigentlich haben wir fast gar keine Birke mehr. Für einen Birkenzaun reicht es nicht aus. Leider. Wir können aber Steinmauern setzen. Ach, das sieht ganz nett aus. Wobei, man könnte jetzt meinen, dass es ein Friedhof ist, ne? Ne, es ist eine Farm, das sieht man. Man kann ja hier stehen, ne? Also, das ist definitiv eine Farm. Gibt es denn auch ein Steintor oder sowas? Ich meine, jetzt brauchen wir erstmal Steine, bevor wir überhaupt hier nachdenken sollten, ob es Steintore gibt, aber gibt es Steintore? Boah, es gibt so viele neue Dinge wieder. Man ist dann wirklich kurze Zeit nicht in Minecraft unterwegs und man wundert sich extrem. Was ist denn jetzt los? Wisst ihr, wie ich das meine? So, das hier wird unsere Steinmine. Wir werden auch gucken, dass wir, mein Gott, sind manche Leute laut draußen. Wir werden auch gucken, dass wir demnächst ein Stein produzieren werden mit Lava und Wasser, ne? Das kennt ihr wahrscheinlich besser als ich. Ich weiß, dass es geht. Ich habe das auch schon mal gemacht. Auf dem Server hatten wir ein unendliches Steinvorkommen produziert. Ähm, ja. Also, gehen tut sowas, ne? Das wisst ihr aber auch selbst. Besser als ich. So, dann gucken wir mal kurz, ob es auch Steintore gibt, aber ich glaube nicht, ne? Nein. Egal. Das ist nicht so schlimm. Dann machen wir da ein Holztor vor oder so. Oder wir lassen es einfach offen. Es sieht ja auch offen ziemlich schön aus. So. So. Okay, das sieht geil aus. Mir gefällt es. Schön. Und es wächst ziemlich gut. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wächst. Aber es wächst doch schon. So. Dann sieht man, dass das so ein kleiner Trampelfahrt ist, wo man langlaufen kann. Nice. Gefällt mir. Cool. Äh, wir brauchen Fackeln unbedingt, weil, ähm, ich habe keinen Bock, dass hier irgendwelche Tiere meinen. Oh, guck mal, da könnten wir rasten. Nein, könnt ihr nicht. Ist nicht euer Scheiß zu Hause. Verpisst euch. schön. So stelle ich mir ein Leben vor in Minecraft. Man kann so gesehen jetzt gemütlich auf seine Terrasse gehen und auf sein Feld gucken und morgens früh schon sagen, ach, guck mal, ich kann mir das und das abbauen. Optimal. Gut, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut und tschüssikowski. Ciao. Ciao.